ja die jahre leute und herzlich willkommen in seiner weiteren aufnahme minecraft ticket light zusammen mit maximo doch die jahre in der letzten runde er letzten folge da unten hier und dann haben wir das exzessor und jetzt wollen wir im weiterer geht auch wenn wir weitere reichweiten haben im video sagen ich laber bullshit und die ganze zeit nicht wissen was er redet hier ist so wo hast du die karte verlegt alter auch hier alter alter allein der letzten aufnahme von mindestens 25 mal alter jungen oder bist du hinder ja bist du auch welche folge aligators geil mann größte dreck geilste seelen in den fischern ja das ist geil aber es ist was soll ich einfach gleich mach halt einfach außer den zuschauen doch doch eine erleichtert weil andere geschmarrer erzählt wird als dein geschmarrer deine technik geschmarrer dein technikgeschmarrer eben wir haben geschmarrer geht es halt darum warum es hier geht es wird einfach jede folge geredet einfach eben wir können auch ein bisschen technische geschmarrer 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 was können wir machen wir können ja mein thema aussuchen Sven wenn du schon äh auf sozialistische gesellschaftliche gespräche oh jetzt kommt es das kann nix werden 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 aber das bringt die saunis weil er nicht mehr redet ja und wir laden halt in die aufnahme rein ja wir helst du und da haben auch kein technisches geschmarrer drin ist so alter oh ich will seine gold boah ich werde belagert alter ich kann dir nicht helfen irgendwie kriegen meine schüsse durch die scheiße ah den konnte ich töten was ich glaube du kannst du eine äh was ich glaube wenn wir kämpfen dann brauchst du gar nicht herkommen weil du tötest uns selber tötest uns ja ja ich töte dich komm her komm her komm her tötet dich ich töte dich boah wie viel planieren muss ich denn hier Marco sich braucht dich mal du kannst auch zählen oder schau mal Markus dein erster Baum steht zähl mal nach ob die Schilderzahl stimmt ja ja der wird schon irgendwann abgedreht dann weiß ich das Wort sie das war alles nein hast du für Musik nein alter Junge also wie viele Kür sind hier schon wieder drin Michael's Musik YouTube ist geistert so wo bist du denn überhaupt ähm bringt Dörth mit so also man kann jetzt mal im Haus du ich glaube man kann du bist im Sumpf ja zum Beispiel ich kann fast im kompletten Haus das Ding benutzen bis auf die oberste Etage da funktioniert es überall dann beim Brunnen draußen habe ich jetzt eine Verlängerung gestellt das heißt der ganze Garten müsste verwendbar sein und vorne bei bei der Tierfarm steht jetzt auch so ein Ding das heißt da kann man auch aufs System zugreifen mit dem Wind nach der Stelle stehen ich sehe ich mal dein dein Tablet da er fällt es auch erst mal hier ja ich will die Fakten ab und hin in der Händersack und hin gewichtiger Sniper hier was ist es jetzt für Töp also Rechtsklick war ich kann nicht nur einfach die Hand nehmen und rechtsklick drücken dann hast du das System ja das ist geil ne eh zufut du kennst das Futter wo wirst du hinterm Haus zum 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 das passt da könnte ich bin immerhin über meine Schüsse drüber zu springen es ist nur jetzt immer noch nicht ich weiß mal nicht da hinten rechts Prozent der Richtsahl wo bist du ah ich schicke dir weh mal dass die Felder okay ich sollte eindeutig noch Zielen üben mit dieser Waffe das Kumpel Schuss das Feld was posten 64 mal 64 Welt großer Tempel jetzt ist man ja 60 der Mann aber ich habe die Freude ich habe das Thema ein Zelleckpunkt auf eine Ecke erlaubt 64 in eine Richtung aber das gemacht aber ich bin mir nicht sicher irgendwie ich möchte auf den gleichen Punkt rausgekommen wo bist du wo war es ist wo sind die Beide ich habe gar nicht also dass du hier vier kann wenn ich recht recht hier kann ich kann das schon wer ist mit dem ist einfach hier hin ich hätte sich in das Loch Wegpunkt setzen 850 Fak da ich brauche gerade zwar beurteilen kann er noch ist es 58 50 dann muss ich zwei weiter hier rüber ich brauche 60 Felder ich brauche 60 Felder dass ich es auch teilen kann gescheit ja dann wirst du auch weitermachen müssen oder 60 haben wir doch 59 60 ja ich meine aber auch breiter nicht nur länger sondern wahrscheinlich auch breiter oder das zählt Markus gerade nach jetzt kann man auch ein Wettkopf machen ein Teil der Zeit nach braucht jede Menge Kabel Storen und Zäune wo war das jetzt Ende? da wo der 2 Block übereinander ist ja ich hab da 65 das ist zu viel also 64 bis zu haben oder was? nein 60 60 60 60 60 60 mit 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 noch hier sind und 60 dann ist das hat ihn mit sich dran von 6 61 60 wo der 50 kann ich auch töten wehnt mich? nein nein Martin da muss man nicht laufen denn das kann ich aus ja so war da muss ich meine Sachen schon zu ich platziere jetzt dann auch ein Rift ja oder so aber ich hab aber da drüben am Berge das Futur tötet das heißt am Berg ja du musst mir sagen wohin ich hole schon mal die Sachen ja da muss später eh umplatziert werden ne man kann Rift nicht umplatzieren das sind aber löschen wieder mit einem Rift entfernen ja dann müssen wir wieder neuen machen ist doch auch Brüche da machen wir es gleich erst denn du weißt wo es ist ich will ja später in das Gebäude einbauen integriert drin haben ja da brauchst du dann wahrscheinlich eh nicht mehr später es ist schon geil wie man mit meinem Anzug hier die Gegend jumpen kann ja so ich mach'n Eckrun ja gut wieviel Eggs habe ich jetzt auch nur 4 Stacks oder so ach Herr Futur ich würde ja dein Ding geben was ah mein Tablet ja bring der Rift mit dann kann man es machen ja soll ich jetzt doch einen Rift insetzen oder was also hast du gesagt Rift aber ich weiß nur nicht genau wo er hinkommt aber das ist jetzt mal in die Nähe dann brauche ich immer so weit laufen ja von mir aus kann man den später auch entfernen ist dann muss man aber weil ich nicht weiß wie und was ich wohne doch auch bei Brust okay dann hole ich jetzt so das heißt ich brauchen Rift ich bin da das heißt ich brauche ein aber alle leuten in die Kommentare schreiben wenn ihr wisst wie immer von diesen Existenz die Reichweite erhöht weil unter diesen Standard Range Upgrade glaube ich ist das Richtige nämlich nicht dabei wenn ich nach Upgrade suche das gibt es nicht immer noch dann durch die das kennt so ich habe nicht so aus das heißt da wenn ihr irgendwie eine Ahnung hat wie man das vergrößern kann man da ist jetzt noch drinnen dann schreibt mir einfach mal in die Kommentare rein so als soll ich erst mal die Waffe wieder nicht ausrüstet und schießt wieder aus dem Marktesweg oder so wollen wir ja alle nicht du wurdest bestimmt ja warum kann ich den Bogen hier jetzt nicht craften was denn das ist für ein Bullshit im ME System kann man scheinbar keine Sachen zusammen craften ja wenn ich was wir aus dem System funktioniert okay so das heißt du brauchst jetzt ein wie heißen die Dinge wenn ich brauch ein dort die Türen zweimal also vier Türen und zwei Ender n mit Bläser brauchen nur ein in der Karte um das immer noch und dort sind System und neue Regulierung dann das sei keine normale Türen nehmen Nein so ein paar Türen gemacht müssen jetzt so und so die schieb ich noch das Thema drauf da kann ich mir zwei Worts machen ja wir müssen ja mal ein paar Projekte machen ich kann auch eine Scholle machen ja dass man die Map ein bisschen gefüllt kriegen ja wäre ja so langweilig ja dieses Großprojekt das dann Natumkraftwerk wird ja das wird heavy dass das heavy wird das kann alles schief gehen ja na gut so wir haben es glaube ich weit genug weg gemacht selbst wenn es mal hoch geht dass es dann nicht so tragisch wäre ach soll ich mir doch zerfetzen wäre schlecht wenn es mein Panorama zerstören würde was denn Panorama ja ich habe sie extra hier hergestellt dass das Panorama von dem Berg und dem Vulkaner beißt ja alles zerfetzt das dann schon keine Sorge ja 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 aber ich bin noch eine tasche zu hoch jetzt springen wir wieder zu futur ja ich brauche immer immer tatsvoll ich brauch den wirft jetzt katschen hallo auch ein bummererang das meiner ich habe es jetzt mal den wüftel hin als wir wiedergeben sein würde er gleich das ist kein signal alter muss in ihrem haus sein garten brunnen und tierdings sie wie gesagt ich weiß nicht wie ich ein Mensch auf wird machen oder wie viel leben hast du guck mal zu viel werfe ich mal lieber jetzt nicht so warte hier das ist für dich guter ich hab kein platz mehr musst jetzt aber nehmen muss ich jetzt das ding hinsetzen neben dem baum neben dem baum den hier oder was denn da genau das sehr okay jetzt hätte ich mir ganz sicherlich nicht an oder die welt geht und das das ist geil aber lieber techno rein hallo würde ich sagen sehen wir uns in einer weiteren vorgehen von minecraft der glatt wieder mit deinem servus und ciao tschüss tschüss so tschüss